Und die Verstärkung beginnt. Hi, hier ist wieder Love Tarot. Hi Wassermann, schön, dass du wieder Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Ich war eine Weile nicht da, ich war einfach im Urlaub. Jetzt bin ich allerdings wieder da und wollte eure Readings machen für den Juli. Und da bin ich auch schon ganz gut dabei. Also schön, dass ihr wieder da seid. Und ja, wer eine persönliche Legung, Channeling, Soul Talk, Heil-Energie-Senden buchen möchte, kann das gerne tun über meinen Buchungskalender, Link in der Infobox. Okay, Wassermann, ich habe mich gereicht und geklärt. Ich habe mich mit einer Energie verbunden vorgeschaffelt währenddessen auf der Rucksack des Decks. Oh, ich lege mit dem Tarot de la Noix, was mir jemand von euch geschenkt hat. Vielen Dank nochmal. Eyes of Cups. Okay, also ich kriege euch Wassermänner gerade schon so rein. Ja, ihr seid in love. Ja, ich meine, das Wetter ist schön. Ich kriege gerade Frühlingsgefühle. Es ist auch so, sie sagen auch gerade, und die Wassermänner, die gerade nicht gebunden sind, die nicht in love sind, die sehnen sich diese Person herbei, mit der sie in love sein könnten. Ich gucke mal, Wassermann, erste Hälfte Juli 2023, Wassermann. Oh, das ist ganz ähnlich wie Stier. Vielleicht hast du was, vielleicht gehst du mit einem Stier, Wassermann, oder du hast Stier-Placements, sechs der Stäbe auf der Rückseite des Decks. In einer Sache möchtest du siegreich sein, Wassermann. Und du möchtest, wenn es hier wirklich um was Romantisches geht, möchtest du, ich sehe dich gerade so mit deiner Person, Arm in Arm, oder ich habe es gerade gesehen, dass er, also dass die eine Person die andere Person so hochnimmt, so auf die Arme, so wie als würde er sie über die Schwelle tragen. Also hochzeitsmäßig. Schauen wir mal. Ich habe schon eine Hochzeitsvision hier gleich in den ersten zwei Minuten des Readings. Neun der Münzen auf der Rückseite des Decks. Also in der Vergangenheit hast du, Wassermann, dir viel erwirtschaftet für dich selbst. Neun der Münzen, ihr wisst, kommt direkt vor Zehn der Münzen. Zehn der Münzen ist, wenn man monetär alles hat. Du bist gerade so auf neun, also so bei 90 Prozent des Komplexes. Du hast dir viel selbst erschaffen, selbst kreiert, vielleicht mit einem eigenen Business. Ich kriege rein, manche Wassermänner haben auch den Job gewechselt, haben einen finanziellen Upgrade erfahren. Das ist klasse. Nächste Karte raus, der Tod. Also diese Single-Karte, wie manche Reader sie halt auch lesen, das transformiert. Wassermann, solltest du noch nicht gebunden sein, wird das künftig transformieren, möglicherweise auch in eine Partnerschaft. Aber wir gucken gleich mal weiter. Die Wassermänner, die gebunden sind, die transformieren in ihrer Beziehung etwas, vielleicht mit ein paar offenen Gesprächen, schönen Abenden miteinander oder so. Also das ist vielleicht, ich kriege gerade für den Tod, für die Wassermänner, die vergeben sind, kriege ich rein, dass dieses Stupide so ein bisschen aufbricht, was ihr so habt, so dieses immer eins und dasselbe zu tun oder so, sondern dass ihr mal sagt, hey, wir haben jetzt mal neue kreative Ideen, wir machen mal was ganz anderes am Wochenende, wir machen mal was, was wir sonst nicht machen. Wir gehen jetzt mal in Escape Room, machen wir sonst nicht, machen wir jetzt. Also das ist so die Energie. 10 der Stäbe, ja, die vergebenen Wassermänner vielleicht ein bisschen gefangen in sich gewesen, die Single-Wassermänner auch, also so in der Langeweile, in der Lethargie, das Ganze war eine Böde, aber es wird ja aufgelöst mit dem Tod, denn es kommt der getreue Ritter der Stäbe. Der kommt reingeritten mit Feuereifer, mit neuer Leidenschaft oder halt mit neuen kreativen Ideen wie Schatz, wir gehen jetzt mal in Escape Room. Anstatt jedes Wochenende nur zu grillen oder so, ich will mal Action, ich mache jetzt mal was Neues, ich gehe jetzt mal mit meinem Schatz in Escape Room. Aber wir gucken mal, 9 der Münzen für Wassermann. Ja, das ist super interessant. 6 der Kelch auf Drugsalz 6. Vielleicht denkst du auch daran zurück, wie es früher mal war. Also so dieser, du kennst mit 9 der Münzen deinen Wohlstand, den du erreicht hast, aber du hast auch vielleicht so eine Backflashes, wie es vielleicht früher mal war, wo es dir noch nicht so gut ging wie heute. Und das finde ich ist auch immer sehr wichtig und richtig, sowas auch mal zu reflektieren, denn wir dürfen uns dann auch in Dankbarkeit üben in dem Moment. Also wenn wir daran zurückdenken, wie es uns früher ging und dass es nicht so toll war wie heute, dann sagst du, danke liebes Universum, lieber Gott, an wen du auch immer glauben magst, dass ich das erreichen dürfte. So, ne, und 10, äh, 9 der Münzen, ja. Wir sind Clarified und das ist mega interessant. Mit 8 der Stäben, also es kommt Kommunikation rein. Und 2 der Stäbe, das ist die Entscheidungskarte. Zusammen auch wieder 10 der Stäbe. Interessant. Und deswegen glaubte ich auch gerade zu wissen, dass ihr mit den 6 der Kelchen an die Vergangenheit zurückdenkt, wo das Ganze mit den Finanzen noch eine ziemliche Bürde für euch war. Der Tod für Wassermann. Free of Cups und Hermits, ja. Also ich redete gerade von vergebenen Wassermännern, die etwas anders machen wollen, ja. Hermits ist so dieses Ding von wegen sich zurückziehen, etwas reflektieren. Und vielleicht kommt der ein oder andere Wassermann, der gerade in der Eremitenhöhle drin ist, auch raus mit den neuen Ideen, die ich gerade angesprochen habe. Weil 3 der Kelche spricht davon, wenn ihr vergeben seid, dass die Harmonie einkehrt. Manche entscheiden sich mit 3 der Kelchen auch zur Heirat. Interessant. Ja, aber auch 3 der Kelche sind so halt auch ein Grund zu feiern, immer eine Freundschaftskarte. Und wenn ihr halt noch nicht zusammen seid, Wassermann, dann geht es darum, sich manchmal auch mit jemandem zu vertragen, mit dem man aktuell nicht so spricht. Also ich meine es nicht so unbedingt liebesmäßig, sondern vielleicht hast du auch eine Freundin, einen Freund, mit dem du gerade nicht so gut kannst. Und kommst da wieder in Bewegung. 6 der Schwerter. Ja, das spricht davon, dass man zu früheren Gewässern segelt. Und das spricht auch dafür, für das, was ich gerade sagte. 10 der Stäbe. Page der Schwerter. Ja, um aus dieser Bürde rauszukommen, fehlen dir noch ein paar Informationen. Die musst du noch suchen. 5 der Stäbe. Es gab Gerangel und Streit in der Vergangenheit. Ritter der Stäbe für Wassermann. Der Wagen, das geht vorwärts. Schnellste Karte im Deck, Krebsenergie. Und der Page der Schwerter. Wir haben hier 2 Pagen. Das kann auch für 2 Kinder stehen, die da irgendwie mit rein spielen in diese Geschichte. Das wisst ihr alle immer selber am besten. Aber wenn ihr Kinder habt, dann ist es vielleicht auch 200 Zahlen, dann ist es vielleicht auch euer Reading. Der Page der Stäbe, das sind so kreative neue Ideen. Also so ähnlich wie das erste der Stäbe ist es. Und der Wagen spricht halt davon, dass etwas vorwärts gehen darf. Manche ziehen auch um. Müsst ihr sehen. Vielleicht ein Umzug. So, Wassermann. 9 der Stäbe auf der Rucksack des Decks. Hier hängen auch noch, genau wie beim Stier gerade, Verletzungen aus der Vergangenheit drin. Ein Rad bitte für Wassermann. 10 der Münzen, 2 der Münzen und der Engel der Nacht. Rucksack des Decks. Schon wieder kreative neue Ideen. Ast der Stäbe. Du hast bekommen. 10 der Münzen. Vorhin hattest du 9 der Münzen. Dann, ähm, ja, du kannst aus deinen 9 der Münzen 10 der Münzen machen, wenn du dich anstrengst. Und, aber, Wisse dann auch zu schätzen, dafür, dass du die 10 der Münzen erreichst, musst du erstmal wissen zu schätzen, was du aktuell hast. 2 der Münzen. Wenn du ein bisschen ins Ungleichgewicht kommst, schaffst du deine Balance wieder, indem du dran arbeitest, von 9 der Münzen in 10 der Münzen zu kommen. Der Engel der Nacht ist in diesem Deck eine Extrakarte und steht dafür, dass sich etwas in deinem Leben, äh, wo du dich in letzter Zeit in der dunkelsten Nacht bewegt hast, jetzt in die Verbesserung begibt. Also, in eine signifikante, merkliche Veränderung und Verbesserung, okay? Also, Wassermann, ich finde, das ist ein sehr schönes Reading. Das war jetzt kurz und knackig, aber die Message war deswegen nicht weniger schön. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like, ein Abo, ein Kommentar, Datei bitte dieses Video mit allen, die Love of Cherro kennen sollten, persönliche Readings zu buchen über meinen Buchungskalender auf meiner Webseite und bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye! Auf Wiedersehen! Not a consumers Corra